Hallo, ich bin Anna, ich arbeite bei Bartenbach, bin im zweiten Lehrjahr und bin 17 Jahre alt. Also das, was ich als Maler tue, ist Wendmalen oder Spachteln, Lackieren. Am besten gefällt mir mit einer großen Rolle die Wendart zu malen, weil es Spass macht und weil ich danach sage, dass es wieder schön wies ist. Ich bin der Fabian feiert, es ist abwechslungsreich, es ist vielfältig. Du machst nicht immer ständig das Gleiche. Also ich bin der Steffen und es macht Spaß mit den Lehrlingen zusammenzuarbeiten, weil sie auch Begeisterung zeigen. Die ersten Lehrjahre sind halt so, dass sie auch langsam reinkommen in den Beruf und sehen, was der Maler eigentlich alles machen muss. Was die Einzigartigkeit beim Bartenbach ist der Umgang mit den Leuten. Wenn euch der Beruf Maler gefällt, dann würde ich euch gerne zu uns in die Firma kommen, in den Bartenbach und keine Schäufe verarbeiten, weil man wird halt dreckig und so. Musik